hey willkommen heute mit einem bisschen anderen setup ich bin hier nicht nur mit facecam sondern sogar mit hintergrundcam wenn man das so sagen kann und wir schauen uns jetzt den star citizen monthly report an danach noch inside star citizen das origin g12 q&a ich glaube ich splitte das mal in zwei videos denn jetzt dieser monthly report wird schon unheimlich umfangreich natürlich wie immer bei den monthly reports werde ich nicht alles bis ins kleinste detail besprechen nicht jedes einzelne ding übersetzen und euch präsentieren sondern weil ich meine persönlichen highlights aus dem monthly report herauspicken denn viele sachen sind zwar geil aber liegen nicht zwangsläufig in meinem interessenbereich oder sind einfach nicht so unheimlich spannend ja manchmal sind es nur assets die gebaut werden manchmal nur kleine improvements und so weiter mich interessieren die wirklich heftigen informationen quasi wenn man so will zum beispiel bei da haben sie viel arbeit reingesteckt die schiffe die bei der invictus launch fliegt von ki kontrolliert worden richtig umzusetzen das bedeutet und das finde ich fast ein wenig traurig sie sind hier im detail darauf eingegangen wie sie wie sie es erreicht haben dass die javelin und die idris andocken indem sie einen manuellen pfad einfach nur gelegt haben die schiffe die kleinen jäger drumherum die nutzen allerdings schon dieses neue formations flug feature was ziemlich cool ist das bedeutet die haben tatsächlich in sich wechselnden formationen sich um die eidris und die javelin drumherum bewegt bewegt und dann im zwangsfall auch ziele angegriffen und wenn die eidris und die javelin auf ihren vorgefertigten faden quasi angekommen sind dann dann sind die jäger nicht auch einfach auf vorgefertigten faden gelandet sondern sie haben tatsächlich eine landerlaubnis beantragt und sind dann gelandet auf ihren vorgefertigten plätzen was halbwegs cool ist aber es ist natürlich ein bisschen schade dass die großen kampfschiffe einfach nur wie gesagt auf vorgefertigten faden unterwegs waren und zum schluss ja nicht mal mehr von denen so einfach abzubringen waren so wie sie es vorher waren wodurch man sie zerstören konnte schade aber immerhin die jäger k.i. konnte die formations flüge richtig benutzen offenbar was mich freut und was wirklich schön ist das schon mal zu hören außerdem sind sie freut mich natürlich zu hören mit dem bartender fertig geworden also sie sind soweit so weit vorangekommen dass man sagen kann sie sind damit jetzt fertig endlich sie sind dafür bereit den bartender ins spiel zu implementieren aber wartet jetzt müssen sie natürlich noch die ganzen kunden als k.i. ins spiel implementieren also sie sind noch nicht so 100 prozent fertig mit dem bartender mit dem barkeeper an sich sind sie soweit fertig der kann könnte jetzt theoretisch ins spiel gepackt werden aber die k.i. drumherum noch nicht unbedingt aber es ist schön zu wissen dass das das jetzt vorangeht sie arbeiten noch ein wenig an der wegfindung zwischen den einzelnen punkten wo der interagieren muss ja also sich irgendwelche sachen von unterschiedlichen locations holen aber per se scheint erst mal fertig zu sein und das wäre echt schön denn es tut der roadmap sicherlich gut wenn da mal was anderes draufsteht in zukunft als barkeeper oder bartender das animationsteam hat weitergearbeitet an den wolf animation den neuen body dragging von dem wir auch schon gehört haben und knockdowns also leute ausmachen nichts was wir nicht schon gewusst hätten dass es kommt aber es gut zu wissen dass die arbeit daran vorangeht vorangeht außerdem geht die arbeit tatsächlich jetzt bei pyro voran sie sind mit pyro 1 und 2 so weit fertig wie sie mit dem aktuellen technik stand sein können und machen jetzt pyro 3 und 4 fertig so weit wie sie es mit dem aktuellen technik stand können sie müssen da neue biome einfügen und es gibt ja sowas wie lava auch in pyro und so weiter ich nehme an damit daran müssen sie auf jeden fall noch ein bisschen arbeiten aber es ist gut zu wissen dass generell das pyro system danach planeten technisch fertig wäre ich weiß nicht wie weit sie mit rune station sind der station die in pyro dann verfügbar sein wird als quasi hero landing zone die die große landezone dann in pyro aber immerhin schon mal die planeten viel mehr hat pyro ja auch nicht das ist ja gerade der clue bei pyro und deswegen ist pyro auch als zweites system in star citizen eine gute wahl weil es piraten gameplay noch mal verstärkt rein bringt beziehungsweise eine location für piraten aber noch nicht zu anspruchsvoll ist als dass die erste reiteration dann irgendwann von sowas wie server meshing das eventuell nicht stemmen könnte also es ist gut erst mal da ein bisschen zurückgefahren das anzugehen denke ich und jetzt kommen wir noch zu ein paar ship news ja und zwar die crusade hercules da wissen wir natürlich sie ist in produktion und sie kommt weiterhin gut voran landing ist fertig bedrooms sind fertig und ein fahrstuhl also im münschung einer ja also reicht doch kommt gibt sie uns ein fahrstuhl reicht hauptsache wir können wie die decks wechseln alles andere vollkommen egal außerdem sind sie bei der cargo bay door jetzt vorangekommen und bei dem korridor der zur brücke führt also sie kommen gut voran sehr sehr schnell es ist schön zu sehen dass wirklich jeden monat da ordentlich was fertig wird bei der hercules das schiffteam ist eines der mittlerweile effizientesten geworden glaube ich eines der produktivsten auf jeden fall außerdem arbeiten sie an zwei immer noch unangekündigten schiffen und die sind jetzt beide fast mit der white box review phase fertig das bedeutet white box kommt vor der gray box white box da werden wird grob das layout schon mal so fertig ausgelegt wie es dann in game sein könnte später einfach nur damit sie wissen dass die ganzen metriken stimmen dass alle sachen richtig verortet sind im schiff und danach kommt dann die great box phase wo sie tatsächlich dann das modell form ja das modell quasi fertig machen und zwei schiffe von denen wir noch nichts wissen ich persönlich bin immer der meinung sie sind mit ihrer entwicklung noch nicht offen genug und deswegen bin ich auch ein großer freund von star citizen leaks von dem star citizen leaks discord und dem team dahinter weil sie versuchen eben das ist denen erklärtes ziel die entwicklung noch ein bisschen transparenter zu machen als sie ohnehin schon ist denn das ist ja schließlich auch etwas für das wir in anführungszeichen bezahlt haben wir wollen die infos wir waren alle und ich finde es okay wenn sie das ein oder andere zurückhalten in informationen aber und da komme ich dann gleich noch ein bisschen bei ein paar anderen sachen drauf manchmal halten sie ein bisschen zu viel informationen zurück so viel dass man als sehr investierter backer eventuell auch ab und zu mal ein wenig in zweifeln gerät obwohl das eventuell komplett unberechtigt ist sagt uns einfach was los ist wir akzeptieren es und freuen uns im zweifelsfall auch darüber über über sachen von denen wir vorher noch nichts wussten außerdem ein drittes schiff soweit ich das soweit ich das identifizieren kann eine schiffserie sogar komplett neu da sind sie inzwischen sogar mit der grey box fertig also offenbar ein gerät das schon bald kommt ich persönlich könnte mir vorstellen dass es sich dabei sie schreiben es hier nicht explizit aber dass es sich dabei eventuell um den g12 rover handelt aber sie schreiben schiffserie deswegen das würde meiner spekulation natürlich entgegentreten also sie sind schon mit dem exterior dem dem äußeren in der feinen art phase und jetzt werden sie dann nur noch die materialien eben bestimmen und noch ausdefinieren es würde mich da auch interessieren was genau ist das außerdem hat das schiff team natürlich auch an den ganzen schiffen die bei der invectus launch week vertreten waren gearbeitet die f7a die f8 lightning sind natürlich dabei die ganzen varianten davon und haben dafür eben auch die dashboards noch mal überarbeitet und was mich natürlich am allermeisten freut hier zu hören und zu lesen zu lesen zu lesen dass die cruiser der mercury vorankommt mit ihrer grey box phase also auch schon quasi die phase nach white box wissen wir ja schon dass sie da schon eine weile jetzt drin ist und zwar sind sie mit dem antrieb jetzt ein ganzes stück weiter gekommen außerdem mit der rampe dem sub level das bedeutet nämlich an die die diese schächte in dem man dann auch sachen eventuell verstecken kann oder offiziell natürlich ersatz komponenten verstauen kann dem server room und wer den konzept wer das konzept kennt der weiß das ist ein großer part vom mittelteil des schiffes also da sind auch vermutlich die gänge dann damit auch gemeint und der nacken bereich der dann vermutlich zur brücke hinführt also richtig schön dass sie da so gut vorankommen das gameplay feature team hat weiterhin mit geholfen arena commander star marine und auch 4 das auf war zu verbessern bzw auszuarbeiten ich bin also ich meine es gibt immer die kleinere baustellen bei arena commander star marine ich nehme mal an da kommt jetzt kein großes rework oder sowas auf uns zu bei 4 das auf war gehandelt sich glaube ich auch um balancing anpassung und performance optimierungen vor allen dingen und um darum wenn vielleicht noch den einen oder anderen back noch zu entfernen bevor wir das auf vor dann letztendlich einem breiteren publikum zugespielt wird und sie sind fertig mit der player trading app die kommt ja dann in 3.10 auf uns zu werden wir werden sie über das mobiglas aufrufen können und dann schön währung mal ordentlich verteilen können ohne uns der beacons bemächtigen zu müssen und dann eventuell sehr viel geld zu verlieren wie neulich im stream wo leider und leider der gute steve eine ganze ganze menge geld verloren hat deswegen leider außerdem haben die da hat das wege feature team daran gearbeitet die atmosphären flüge wirklich nochmal vom weltraum flug abzuheben die werden sich und das haben wir schon gehört und wissen wir auch schon unheimlich anders steuern verglichen zu im raum also atmosphäre wird sich anders fliegen als raum das wird man in jedem schiff anders merken und ich bin sehr gespannt wie man es merken wird und ob es sich gut anfühlen wird ob es sich richtig anfühlen wird ob sie das vielleicht auf anhieb ein bisschen besser hinbekommen als damals mit dem hover mode der ja immer noch auf eis liegt er könnte jederzeit wiederkommen in einer anderen version aber bisher liegt er quasi noch auf eis und ich finde er muss nicht zwangsläufig wiederkommen obwohl ich persönlich einer bin der er weniger probleme mit dem hover mode per se hatte aber er hatte er hatte definitiv seine schwächen und es war teilweise nahezu unmöglich mit manchen schiffen abzuheben schon allein oder auch zu landen in in diesen vertikalen hangars das war teilweise wirklich schwer das muss ich sagen außerdem haben sie daran gearbeitet die zielverfassung in schiffen zu verbessern also sie schreiben hier viele neue features zum zielen auf schiffe auf quasi die die ziele im raumkampf dann im dogfight hoffentlich ist das eine gute nachricht nicht nur für alle leute die gimbals spielen sondern vor allen dingen für die leute die fix mit fix waffen spielen und vielleicht sogar sie haben schon angeteased ein wenig für türme sie haben auf jeden fall gesagt in 3.10 kommen ein paar sachen die türme wesentlich pushen sollen quasi geschütztürme bemannte es wäre fantastisch ich würde mich da wirklich sehr freuen dazu kommt noch und das werden wir dann noch im inside star citizen sehen dass wir uns heute im stream noch angucken und dann in einem separaten youtube video sie haben auch noch an den landing splines gearbeitet das bedeutet das werden wegweiser so ein leid das wird ein leitsystem im ui das einem in den hangar reinführen soll meine meinung dazu dann aber bei inside star citizen wenn denn da ist es bebildert ja da kann ich euch direkt meine bedenken und meine also sowohl das was ich positiv daran finde sagen als auch das was ich bedenklich finde sie haben das tech vehicle team hat außerdem noch daran gearbeitet jetzt endlich mal die pressure rising quasi ins schiff in schiffe einzubauen bzw sie haben ein eine funktion jetzt mit der sie das machen können mit der sie quasi ein schiff ausstatten können und dann ist es dem schiff möglich bestimmte räume zu die 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 atmosphäre daraus zu entsaugen und sie wieder aufzubauen das ist so genannt die vehicle state machine die wurde geupdatet so dass sie diese funktion eben noch mit drin hat was ziemlich cool ist außerdem ging ging auch die arbeit an den gladius animation weiter damit ist gemeint dass sie im cockpit tatsächlich knöpfe drückt denn die gladius wird natürlich vor allem in squadron 42 ein sehr wichtiges schiff spielen sein eine sehr zentrale rolle spielen und dann wäre es natürlich wunderbar cinematisch wenn wirklich die knöpfe richtig gedrückt werden und nicht man nur mit dem innerfort system auf irgendwelche sachen drückt bin sehr gespannt wie das aussehen wird ich halte es für nicht unbedingt nötig aber sie haben ja schon so eine start-up sequence mal in die gladius integriert wurde ja wo man quasi flight ready drückt und dann geht er da so ein paar knöpfe durch und drückt die fand ich so ganz hübsch aus kam nie zu einem anderen schiff und der trend setzt sich fort die gladius bekommt das jetzt zumindest als erstes wenn nicht sogar als einziges schreiben hier nicht ob ob noch andere schiffe das in der nahen zukunft erhalten werden außerdem habe ich mittlerweile ein wenig das gefühl tatsächlich dass sie turbulent für mehr und mehr sachen quasi unter vertrag nehmen turbulent war ursprünglich natürlich vor allen dingen für für diese ganzen sub webseiten zuständig und auch für den kompletten aufbau von spectrum unserer allerliebsten chat plattform ja und sie bekommen immer und immer mehr aufgaben von cg zugewiesen und cg bezahlt natürlich nicht nur an turbulent geld sondern tatsächlich auch an anderen entwickler firmen wir wissen nicht was all diese entwickler firmen quasi machen für cg ob cg neue technologie von ihnen kauft oder ähnliches aber wir wissen cg arbeitet nicht mehr nur alleine und cloud imperium games wird quasi langsam aber sicher immer mehr zu eher einem publisher als einem entwicklerstudio er also diese große hand unter dem ihre eigenen vier kleinen studios arbeiten und dann eben noch solche studios wie turbulent jetzt ja auch eigentlich immer im monthly report von star citizen mit erwähnt werden finde ich eine sehr interessante entwicklung und wir wissen ja alle publisher sind böse die sind doch nur auf geld aus ja ist auch der sinn von dem publisher der gibt geld und braucht dann halt auch wieder geld um es wieder zu geben das ist leider der sinn von dem publisher ich fand es nur interessant dass cloud imperium games immer mehr von eigentlich dem kleinen sympathischen entwicklerstudio zu einem publisher wird was aber natürlich die entwickler studios die unter diesem publish ich muss es in anführungszeichen setzen unter diesem publisher stehen nicht weniger sympathisch macht ja also davon mal ganz abgesehen aber ich finde es einfach nur interessant also cg cloud imperium games wird immer und immer größer das war ein trend der sich über die letzten jahre fortgesetzt hat und vergibt auch immer mehr quasi auftragsarbeiten so wie ich das einschätzen kann als laihe der von außen drauf guckt ja das ui team arbeitet übrigens auch eventuell ein paar verbesserungen für das ganze star map system oder generell das 3d ui system sie schreiben hier noch nicht komplett das rework der star map aber wir wollen es alle wir wollen alle ein rework der star map denn die funktioniert momentan mal besser mal schlechter aber sie ist definitiv nicht perfekt und nicht sehr komfortabel zu nutzen also gerne und generell kann man natürlich sagen sie arbeiten an vielen kleinen verbesserungen an performance optimierung sowohl grafisch aber auch bei vfx was auch grafisch ist aber ihr wisst was ich meine sie arbeiten auch im engineering und back end immer an verbesserungen sie hatten jetzt auch viel mit 3.9.1 und vor allen dingen auch der invictus launch weg zu kämpfen und mussten da eben ein paar teams für wegdelegieren da fragt man sich dann natürlich als jemand der schon länger dabei ist ein wenig eventuell fragt man sich das ich möchte niemanden unterstellen natürlich aber ist dieses event wirklich so zuträglich dass es den schaden den es anrichtet ausgleich wenn man es mal übertrieben gesagt ausdrückt denn viele ressourcen mussten dann in die wartung dieses events gehen das natürlich auch mehr spiele angelockt hat was finanziell natürlich gut ist und auch generell viel einnahmen generiert hat das ist nicht abzustreiten aber es ist halt es ist eine abschätzungssache viele teams mussten dann so zum beispiel das props team sehr viele ressourcen reinstecken um props zu entwickeln diese ballons holosymbole alle möglichen sachen die da gezeigt wurden die ausgestellt wurden das musste alles erstellt werden und das schreiben sie ja auch und schreiben dass manche auch sehr sehr viel einfach diesen monat natürlich für die in victus launch week beschäftigt waren also letzten monat das ist so das lässt sich nicht verhindern das war ist jetzt auch keine große überraschung aber ist durchaus interessant dass sie wirklich sehr sehr viel arbeit dahin stecken mussten sehr viel dahin delegieren mussten fast hätte ich noch vergessen das grafikteam arbeitet auch an einer technologie die dynamisch texturen generiert also hier war die weg sei desto ich sage jetzt mal grob pixeliger wird die textur und sie haben eine technologie implementiert bzw haben sie entwickelt die dem art team wiederum erlaubt schilder dynamisch dann zu erstellen zum beispiel auch für schiffsnamen heißt nicht dass das sofort kommt als feature aber es bedeutet dass die artist ja dass das art team das jetzt theoretisch machen könnte schilder einfacher ins spiel serie nummer alles sowas besser und einfach ins spiel bringen kann und das war der man für reports meine highlights daraus ich glaube eine sache hatte ich vergessen man möge es mir verzeihen und ihr könnt gerne in den in die kommentare schreiben was euer halt oder eure highlights sind aus dem man für report vom mai 2020 würde mich sehr interessieren wenn ihr dann noch was zu sagen zu zu sagen habt und wir sehen uns dann das nächste mal bis bald